Eine Änderung der Ampelschaltung an der Karstadtkreuzung in Hoyerswerda ist vorgenommen worden. Konkret betrifft es die Linksabbieger aus Richtung Kreisverkehr in der Bautzener Allee zur Niederkirchner und vom Busbahnhof zur Einfahrt in die Einsteinstraße. Bislang war kein Gegenverkehr zu erwarten. Nun sind die Geradeaus- und Linksabbiegerspur zeitgleich geschaltet. Hier sollten Autofahrer künftig wieder besonders aufpassen, heißt es aus dem Rathaus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017